Kurze Zwischentrage, entsteht hier gerade das Mittagessen? Ja. Und was gibt es heute zu Mittag? Erdämpfe mit Kleberkäse und Karotten. Kann ich nur sagen Mahlzeite. Und was gibt es heute zu Mittagessen? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020